Hallo, mein Name ist Jan Damitz und ich befinde mich in der Winkels Akademie. Nun fragen Sie sich, was ist die Winkels Akademie? Die Winkels Akademie ist die Schule, in der Frau Ostkamp ihre Fußpflegeausbildung absolviert hat. Quasi die Inspiration ihres wunderbaren Buches bei Marzahn-Mornauhr. Die kleine Akademie Nummer 6 hat sie auch gesagt. Und wir haben uns was ganz besonders ausgedacht, wir bieten Ihnen eine Lesung hier vom Ort des Geschäfts. Heute 17 Uhr, leider gut ist digital. Den passenden Zoom-Link dazu finden Sie auf unserer Internetseite www.winkels-akademie.de oder schreiben Sie uns eine Mail info-at-winkels-akademie.de oder rufen Sie uns an Berlin 3124126 oder unter berlin-liest-ein-buch.de. Aber es geht noch weiter. Am 3. Juni wollen wir so die Hygieneregeln erst zulassen, hier vor Ort eine Präsenzlesung veranstalten. Hier in diesem Raum, da wo alles begann. Bitte melden sich auch dort über unsere Internetadresse an oder schreiben uns eine Mail oder rufen Sie uns an oder Berlin liest auf www.winkels-ein-buch.de. Halten Sie die A-Harrigen und einbringen Sie eine Maske mit und tragen, sagt der Corona-Test etc. etc. Sie kennen das ja alle schon. Wir freuen uns auf Sie und auf das wunderbare Buch von Katja Auskamp, Marzahn, Mon Amour. Bis dann! Bis dann! Bis dann!